Hallo und herzlich willkommen zu HitDice. Mein Name ist Dustin und im heutigen Video will ich euch zeigen, wie man eigentlich Templates erstellt. Was sind Templates überhaupt? Templates sollen euch helfen, das Spiel übersichtlicher zu machen. Im Grunde ist es nichts anderes als eine Tabelle, die ihr anlegen könnt, die mit beliebig vielen Informationen gefüllt werden. Forbes hat einmal gesagt, ihr kennt Templates bereits. Das sind diese schönen Dinger, die euch die Character Sheets anzeigen, die Road20 euch zur Verfügung stellt. Wenn wir jetzt zum Beispiel einmal in den von D&D gehen und wir lösen hier das falsch geschriebene Skimitar aus, dann sieht das Ganze so aus. Wir haben hier dieses wunderschöne Ding und das Ganze ist ein Template. Und zwar sieht das ganze Template nämlich so aus, wenn wir hier einmal nach oben drücken, hier unten, dann kriegen wir das nämlich angezeigt. Und das ist das Template ATK für Attacke aus D&D. Aber das will ich euch heute gar nicht zeigen, denn diese etwas speziellere Bearbeitung habe ich schon mal in einem anderen Video erklärt. Das ist ja was für Erfahrene. Heute will ich euch zeigen, wie das überhaupt geht. Und dafür zeige ich euch das Standard Template. Das Standard Template wird relativ einfach eingeleitet. Ihr gebt das Und-Zeichen ein, dann brauchen wir die geschweiften Klammern, die brauchen wir vorne und hinten. Die für hinten habe ich jetzt schon mal eingegeben. Dann geht ihr Template ein, Template, Doppelpunkt und Default. Wenn wir das jetzt auslösen, kriegen wir gleich hier oben einen violetten Balken angezeigt. Das sieht also so aus. Und dieser violette Balken, das ist sozusagen die Überschriftenzeile. Jetzt wollen wir aber natürlich keine leere Überschrift haben, sondern wir wollen erstmal zeigen, was hier überhaupt geht. Gehen also wieder hier unten rein, drücken einmal nach oben, damit wir das letzte Stück, was wir eingegeben haben, nicht doppelt tippen müssen. Jetzt darauf achten, zwei geschweifte Klammern eingeben und dazwischen schreiben wir Name gleich und jetzt sagen wir mal, wir nennen das ganze Ding Test. Das ausgelöst sorgt dafür, dass wir jetzt hier oben ein weißer Schrift in dem violetten Balken, der auch dicker geworden ist, Test stehen haben. Und damit haben wir die Überschrift unseres Templates schon fertig. Und jetzt können wir das Ganze mit Informationen füllen. Und das machen wir wie folgt. Wir machen wieder das Ding von vorhin auf. Und jetzt geben wir ein, zwei geschweifte Klammern, vorne und hinten jeweils. Und da tragen wir ein Test 1. Und das Ganze kopiere ich jetzt einmal, um es noch zweimal zu machen, damit wir es auch schön übersichtlich haben, damit ihr einmal seht, wie das Ganze eigentlich funktioniert mit Test 2 und Test 3. Wenn ich das jetzt also so absende, dann seht ihr hier auf der rechten Seite sind die Ergebnisse Test 1, Test 2 und Test 3 angelegt. Soweit erstmal schon mal ganz cool. Das Ganze könnt ihr jetzt mit Informationen füllen. Aber ihr wollt ja möglicherweise einen richtigen Tabellencharakter bekommen und dafür brauchen wir sozusagen immer einen Namensgeber und auf der rechten Seite eine Information. Wenn ihr also zum Beispiel links schreiben wollt Waffe und auf der rechten Seite soll dafür der Schaden erscheinen, dann könnt ihr das wie folgt machen. Wir geben jetzt hier hinter Test 1 ein Gleichheitszeichen ein und da tragen wir Wert 1 ein. Das Ganze machen wir jetzt mal mit Test 2 auch. Wert 2 und mit Test 3 gleich Wert 3. Und das ausgelöst sieht dann so aus. Wir haben jetzt hier auf der linken Seite die fett gedruckten Überschriften und auf der rechten Seite die Informationen, die wir zuordnen wollen. An der Stelle eine Sache, auf die ihr bitte achten müsst. Wenn ihr diese Überschriften verteilt, dann müssen die sich zumindest innerhalb dieses Templates jedes Mal unterscheiden. Sonst wird ein Wert einfach nicht angezeigt. Wenn wir jetzt also zum Beispiel hier ein zweites Mal Test 1 eingeben würden, also die gleiche Überschrift hier vorne verpassen würden, sieht das Ganze wie folgt aus. Test 1 ist noch da, allerdings mit Wert 2. Das heißt, diese Zeile ist einfach komplett verschwunden. Um das zu vermeiden, bitte immer darauf achten, dass ihr hier vorne einzelne, eigene, individuelle Überschriften verteilt. Jetzt kommen wir zu einer weiteren Besonderheit, wie ihr diese ganzen Sachen ein bisschen optisch aufhübschen könnt. Das zeige ich euch jetzt hier einmal. Ich habe dafür ein bisschen verändertes Makro geschrieben, damit wir die Information noch etwas klarer haben. Also als erstes möchte ich mir die Information 1. Und diese Information 1 ist jeweils mit einem einzelnen Sternchen vorne und hinten versehen. Vorne und hinten gesetzt heißt das, das Ganze wird kursiv. Wenn wir vorne und hinten jeweils zwei Sternchen setzen, dann wird das Ganze fett. Und dann haben wir hier noch diese Akzente. Die sind üblicherweise neben der Return-Taste. Und dann müsst ihr einfach auf diese Taste zweimal drücken. Dann habt ihr die nach rechts gebogen. Und ihr müsst aber darauf achten, dass die nach links gebogen sind. Also Shift, zweimal drauf drücken und dann habt ihr diese passenden Dinger. Was machen diese passenden Dinger? Ich zeige es euch einmal. Kursiv sieht die Schrift dann so aus. Fett gedruckt, das kennt ihr, sieht links genauso aus. Und wenn ihr etwas besonders hervorheben wollt, dann könnt ihr das zum Beispiel auf die Art und Weise machen, damit das Ganze so ein bisschen wie so ein Hyperlink zum Beispiel aussieht. Und damit kann man jetzt relativ spannende Sachen machen. Relevant wird das nämlich zum Beispiel, wenn wir so ein Makro hier bauen. Ich mache euch das mal ein bisschen größer, dass man etwas mehr sehen kann. Template Default erst einmal. Dann der Name bleibt Test. Dann habe ich hier reingeschrieben, Angriff in Kursiv. Ich schlage meinen Feind mit seinem Schwert in Fett gedruckt. Das verursacht, jetzt löse ich hier eine Rechnung aus. Also hier soll er ein D6 werfen und mir das Ergebnis zeigen, Schaden. Und der Treffer ist Fett gedruckt kritisch. Also bekommt er zusätzlich ein D4 Feuerschaden. Und dieser Feuerschaden, der soll mit diesem Effekt hervorgehoben werden. Das Ganze senden wir jetzt einmal ab. Und es sieht so aus. Jetzt haben wir das Ganze hier also einmal schön stehen. Und zwar der Angriff, Kursiv gedruckt. Dann haben wir das Ganze insgesamt Fett gedruckt. Fettdruckung bringt also an der Stelle nichts mehr, weil das ist ja wie hier oben. Wir haben keinen Namen davor gesetzt, also ist alles Fett gedruckt. Dann verursacht das Ganze den Schaden, der ist in gelb hinterlegt jetzt hier. Dann haben wir noch hervorgehoben, das kritisch und den Feuerschaden auch nochmal in rot. So ist das Ganze jetzt natürlich ein bisschen chaotisch wirkend. Und außerdem ist es ja rechtsbündig. Um das zu vermeiden, setzen wir deswegen üblicherweise einen Namen davor. Und wir machen das Ganze jetzt hier mal mit Beispiel 1 gleich. Und wenn wir das so auslösen, dann sieht das Makro schon ein bisschen netter aus. Ihr könnt auch, wenn ihr da vorne keine Überschrift stehen haben wollt, hier vorne einfach nur etwas leer stehen haben. Dabei bitte beachten, wenn hier nichts ist, also einfach nur ein Leerzeichen, dann ist das auch wie ein eigener Name. Das heißt, wenn ihr das mehrfach machen wollt, müsst ihr beim zweiten mal zwei Leerzeichen machen und beim dritten mal drei Leerzeichen. Denn das Programm kann ja Zeichen erkennen als solche. Das macht es auch, weil die ja jedes Mal in HTML-Code umgeändert werden. Und der versteht das dann schon. Ihr müsst nur bitte daran denken, sonst verschwinden wieder, wie in diesem Beispiel, hier oben eure Werte. Und wenn wir das Ganze jetzt so abschicken, dann sieht das Ganze so aus. Der ganze Text ist ein bisschen weiter nach links gerutscht. Wir kriegen es nicht hin, dass er komplett links ist. Das geht leider einfach nicht. Sonst würde es halt einfach nicht mehr linksbündig sein. Es gibt auch keine Möglichkeit, es so einzustellen, dass das Ganze linksbündig ist. Leider ist Roll20 an der Stelle einfach nicht so clever. Das ist auch seit zehn Jahren schon in der Anfrage beim Technik-Support, dass die Leute sich wünschen, dass das gemacht wird. Und irgendwie wird das einfach ignoriert. Was gibt es noch zu wissen? So würde das Template, ihr seht, das Ganze ist immer blau hinterlegt, ja jedes Mal allen Spielern angezeigt worden. Wenn ihr das vermeiden wollt, beziehungsweise ihr als GM das Ganze benutzen wollt, dann gebt ihr es einfach nur slash W, GM davor ein. Und wenn wir es jetzt so abschicken, dann ist das Ganze gelb hinterlegt. Heißt also, es ist nur an den Spielleiter gegangen. Das heißt, nur der Spieler, der es auslöst, kann es sehen und der Spielleiter oder der Spielleiter selbst für den Geheimwurf. Ich zeige euch mal an einem etwas aufwendigeren Beispiel, was man da eigentlich alles reinmachen kann. Wir haben jetzt hier also slash W an Misty. Das ist also etwas, was nur Misty sieht und der Spielleiter. Das Default-Template. Das Ding heißt Angriff. Und der Angriff als erste Überschrift, der angezeigt werden soll, Misty schlägt mit einem und dann wird ein Makro ausgelöst. Also durch das Hashtag eingeleitet. Dieses Makro ist auch angelegt. Das müsste also heißen 001d20. Das haben wir hier. In diesem Makro sieht es so aus. Es wird einfach an d20 gewürfelt. Ihr könnt also beliebige Makros daraus auslösen. Dann haben wir als nächstes die Trefferzone. Wohin soll das Ganze gehen? Hier haben wir also eine Abfrage. Sie schlägt in Richtung seines Kopfes. Oder ihr wollt möglicherweise einen anderen Text da reinmachen. Deswegen, das steht euch jetzt hier frei, das zu machen. Dann haben wir hier den Schaden. Sie verursacht bei einem Treffer ein D6 plus Add Selected Strength Mod. Also wenn so etwas da sein sollte, ein Stärke Modifier in irgendeiner Form, dann kann der hier mit reingenommen werden. Dann Schaden. Das wird dann automatisch jetzt ausgerechnet. Und außerdem zusätzlicher Schaden. Ihre Waffe entflammt bei einem Treffer und verursacht. Das ist das Zeichen dafür, dass da ein Makro ist, das im Charactersheet angelegt worden ist. Wir müssten also jetzt einmal gucken. Wir gucken nach einem Makro, das Feuer heißt. Wir gucken also einmal in ihrem Charactersheet. Und wir haben hier das Ability Feuer. Das heißt ein Makro, das aus dem Charactersheet heraus ausgelöst wird. Und so müsste das Ganze jetzt eigentlich ganz gut funktionieren. Er fragt uns jetzt also, wohin geht der Treffer? Sie schlägt ihm gegen den Kopf. Haben wir ja standardmäßig da drin gelassen. Und so haben wir unser Template jetzt in Form gebracht. Misty schlägt zu mit einer 13. Dann die Trefferzone. Sie schlägt in Richtung seines Kopfes. Das hätten wir als Variable eingeben können. Der Schaden. Sie verursacht bei einem Treffer 8 Schaden. Und dann das Ganze. Hier oben ein normales Makro. Hier ein Add-Befehl. Hier ein Ability-Befehl. Hier unten hat das auch noch funktioniert. Vorab schauen wir einmal, denn das könnte später wichtig werden. Manche Sachen lassen sich nicht vernünftig miteinander kombinieren. Wenn ihr pro Zeile nur ein Makro oder nur ein Add-Befehl oder nur eine Ability abruft, dann ist das erstmal kein Problem. Aber wenn ihr die innerhalb einer Zeile kombiniert, dann kann das sein, dass das Makro an der Stelle nicht mehr weiter funktioniert. Beziehungsweise, dass das Template an der Stelle abbricht. Dann kriegt ihr nur angezeigt, was ihr bis dahin geschrieben habt, bis das Sonderzeichen losgeht. Zu Sonderzeichen komme ich in einem späteren Video nochmal. Wenn das jetzt am Anfang an irgendeiner Stelle schief gehen sollte, dann versucht einfach Sonderzeichen zu vermeiden. Das wäre also das Komma. Dann dieser gerade Strich. Und die nach hinten geschweifte Klammer. Das sind die, die üblicherweise zum Abbruch führen. Aber dazu kommen wir, wie gesagt, noch. Jetzt gibt es zwei Sachen, die wir machen können. Denn eigentlich ist es zwar so, dass ihr innerhalb einer Zeile diese Sachen nicht kombinieren könnt. Das heißt aber auch nur, dass ihr sie nicht direkt miteinander kombinieren könnt. Zum Beispiel innerhalb geschweifter Klammern. Was aber funktionieren würde, wäre zum Beispiel das hier. Ihr gebt in dem Makro genau das gleiche ein. Wir haben hier unten den Selected Strength Modifier. Und dann möchten wir gerne, dass ein zweiter Add-Befehl, wir haben hier ein Add und hier ein Add, und zwar aus der Bar 1 rausgelesen wird. Die Bar 1 ist die grüne Bar. Wenn wir hier drauf gehen, können wir das Ganze sehen. Und wenn wir hier oben eingeben, eckige Klammern. Und dazwischen ein Add 4. Und das Ganze speichern. Jetzt so auslösen. Dann kann er die Informationen aus dem Strength Mod auslesen. Der ist bei Misty, glaube ich, bei 3. Gucken wir mal einmal kurz nach. Genau, Stärke 16, Strength Mod 3. Und dann kommt noch das, was er auswürfelt, hier in der Bar 1. Und das heißt, ausgelöst sieht das Ganze so aus. Wir haben jetzt hier einen Treffer mit 13. Also 6 ist gewürfelt worden auf dem W6, den wir hier sehen können. Dann plus 3 für den Strength Modifier. Und auf dem D4 wurde dann auch nochmal 4 Schaden gemacht. Das Ganze kann er so zusammenrechnen. Wenn ihr jetzt aber sagt, okay, ich kann die Bars da oben dafür nicht erübrigen, beziehungsweise diese Werte kann ich so einfach nicht gebrauchen oder möchte das so nicht. Das ist ja auch in Ordnung. Dann ist eine Alternative. Wir nehmen jetzt hier eine leicht veränderte Variante des Ganzen. Und zwar, sie verursacht einen Treffer mit 1d6 plus Add Selected Strength Mod. Machen die eckigen Klammern wieder zu. Und wenn wir hinter die eckigen Klammern jetzt das Plus- und das Prozentzeichen für das Ability reinsetzen, dann kann er den Feuerschaden wieder auslesen. Allerdings heißt das, wir haben keine Addition mehr der Werte hier oben, sondern wir haben zwei Werte. Machen wir das einmal, sieht das Ganze also so aus. Er fragt uns wieder ab, wir bestätigen. Und jetzt bekommen wir folgendes. Er hat hier einmal den d6 geworfen. Das ist hier, die 2. Außerdem hat er uns dann noch plus 3, den Strength Modifier, drauf gerechnet. Und dann hat er in einer zweiten Rechnung den d4 geworfen, den er aus dem Ability rausgelesen hat. Und diese beiden Werte müssen wir jetzt manuell kombinieren. Da es aber sowieso ist, in der kostenlosen Version, dass man ohne die API-Scripts nicht in der Lage ist, irgendwelche Werte in den Bars direkt zu verändern, müssen wir sowieso im Grunde diesen Wert einfach nur hier rüber tragen. Und 5 plus 2 kriegt man noch so gerade eben hin. Und ich gehe mal davon aus, auch ein bisschen höhere Zahlen. Also das Ganze einmal kurz im Kopf kombinieren, hier eingeben, fertig ist kein großer Aufwand. Und damit sind wir auch schon am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was über Templates mitnehmen. Wenn ihr noch Fragen dazu haben solltet, was geht, wie das geht und so weiter, dann seid entweder gespannt auf die nächsten Videos, in denen ich noch ein bisschen was dazu erklären werde, was bei euch möglicherweise schief gehen könnte, beziehungsweise wie ihr dafür sorgt, dass bei euch nichts schief geht. Oder aber ihr stellt die Fragen einfach in die Kommentare unter dieses Video. Und ich versuche euch, beziehungsweise Leute aus der Community, so schnell wie möglich zu helfen, damit eure Templates wirklich großartig werden. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Großartige Abenteuer und wir sehen uns im nächsten Video.